Einmal ums Kreuz für mehr direkte Verbindungen? Was auf den ersten Blick paradox klingt, offenbart auf den zweiten klare Vorteile. Aktuell fahren die Linien 2 und 46 parallel zueinander von Ottakring ins Zentrum. Eine ähnliche Situation findet sich im angrenzenden Hanals mit den Linien 43 und 44, die beide beim Schottentor enden. Die Fahrgäste haben also jeweils die Wahl zwischen zwei Linien, die sie aber an dasselbe Ziel bringen. Ab September wird deshalb getauscht. Ottakring bekommt mit der Linie 44 eine direkte Verbindung zum Schottentor. Und im Gegenzug bringt die Linie 2 die Bewohnerinnen und Bewohner von Hanals ohne Umsteigen zum Dr. Karl Rennering und weiter Richtung Friedrich-Engels-Platz. Das entlastet auch die Linie 43 und die U3, die für diese Wege heute eine zentrale Rolle spielen. Die neuen direkten Verbindungen machen die Öffis auch für neue Fahrgäste interessant. Aufs Jahr gerechnet bedeutet das, dass die Wiener Luft fast eine Million Pkw-Kilometer weniger verkraften muss als bisher. Am Johann-Nippumog-Berger-Platz wird dafür im wahrsten Sinne des Wortes Platz gemacht. Die Gleise wandern an den Rand und die aktuelle Haltestelle der Linie 2 in eine Seitenstraße. Durch neue Gleisverbindungen können dort außerdem künftig alle Straßenbahnen in alle Richtungen weiterfahren und dadurch Störungen besser ausweichen. Mehr direkte Verbindungen, weniger CO2-Emissionen und die Chance aus dem Johann-Nippumog-Berger-Platz einen neuen Lebensraum zu schaffen, das bringt die Auskreuzung der Linie 2 und 44. Ein Tausch mit Mehrwert. Wiener Linien – Die Stadt gehört dir.